In der folgenden Debatte hat Christian Lindner nicht nur mit vier Gegnern gegen sich, sondern auch mit seinen Tränen sichtlich zu kämpfen. Die Politik verstörenden. Wie sie überhaupt dazu gekommen ist, wie er versucht sich doch noch rhetorisch zu schlagen und wie auch du solche Situationen im Alltag meistern kannst, das in diesem Video. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich hier zu einer neuen Rhetorikanalyse, zu einer Debatte, die sich viele von euch mal wieder gewünscht haben, die auch sehr interessant war, meines Erachtens aber inhaltlich komplett an der Sache vorbeigegangen ist. Wirklich, sorry, aber eine wirklich dumme Debatte. Mehr dazu ein bisschen nachher, weil ich auch was für deinen eigenen Alltag sagen möchte, wie du es übertragen kannst. Und ich glaube, das ist eine Interpretation, die du dir so jetzt im ersten Moment nicht denkst. Dazu mehr ein bisschen nachher. Wichtig ist jetzt Folgendes. Ich werde hier natürlich nicht die Inhalte bewerten, also was die einzelnen inhaltlichen Standpunkte sind. Trotzdem ist es aus rhetorischer Sicht, in diesem Fall bei dieser Debatte sogar mal wichtig, sich die inhaltlichen Standpunkte anzuschauen. Vor allem den von Christian Lindner, weil es ja darum in dieser Analyse geht. Und zwar sagt er Folgendes. Ich glaube, wir müssen in Deutschland demokratisch als Studenten, Schüler, Politologen und Journalisten über Ziele streiten. Aber bei dem Weg hin zu den Zielen, da müssen wir wieder stärker Ingenieuren und Technikern vertrauen, weil wir dann schneller die Klimaziele erreichen. Und das sind die Profis. Das sind die Profis. Das sind die Profis. Heißt, es gab einen mehrdeutigen Tweet von Christian Lindner. Vielleicht hat er es so gewollt, dass alle Leute sich so ein bisschen darüber aufregen, weil es zwei verschiedene Definitionen für Profi gibt. Einmal Politiker, was arrogant wäre, wenn er sich selbst als Profi bezeichnet und die anderen nicht. Und das haben viele eben so interpretiert. Und die andere Interpretation, die er hier nennt. Also fundamental wichtig aus rhetorischer Sicht ist Folgendes. Er sagt, ja, es ist gut, dass die Schüler sich dafür engagieren, dass sie darauf aufmerksam machen. Das sollten und dürfen sie auch machen. Politiker sollen das genauso machen. Wenn es dann allerdings um die Umsetzung geht, dann sollte man die Profis ranlassen. Und mit Profis ist eben nicht Politiker gemeint, sagt er zumindest, sondern mit Profis meint er die Techniker, die sich dann auch mit der Umsetzung auskennen. Und das Interessante ist hier, meines Erachtens, ihr werdet gleich noch Ausschnitte von allen anderen vier Talkshow-Gästen sehen, könnte jeder diese Aussage unterschreiben von den Anwesenden. Und trotzdem bekämpfen sie sich so stark. In der folgenden Szene, nochmal kurz Christian Lindner, bevor die anderen drankommen, versucht er sich nochmal quasi durch eine gewisse Selbstkritik auszuhebeln, dass er eben nicht in diese Kritik gerät. Und dann, sehr interessant, kommt Lanz, und das macht er irgendwie die ganze Zeit, ich finde es wirklich nicht professionell, und grätscht rein und unterbricht. Von Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare kennen. Das ist ja auch genau diese Attitüde. Ja, aber da muss ich jetzt echt sagen, was ist daran falsch? Was ist daran falsch? Kann man von Kindern erwarten, dass sie alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen? Ich behaupte, Herr Lanz, Sie und ich sehen noch nicht mal alle globalen Zusammenhänge, das technisch Machbare. Aber genau deswegen doch. Nein, das ist, das ist... Aber genau deswegen doch. Nein, da muss ich jetzt mal wirklich sagen. Aber Einspruch, euer Ehren, genau deswegen doch. Genau deswegen doch, weil ich das nämlich auch nicht kenne. Und so ist die ganze Sache eigentlich ins Rollen gekommen. Wenn selbst der Talkshow-Host, und meines Erachtens, wie gesagt, ist es nicht unbedingt sehr professionell, wie er hier einhackt. Ja, als Talkshow-Host solltest du natürlich auch sehr kritisch sein, Dinge hinterfragen und auch die Meinung gerade so ein bisschen rauskitzeln. Vielleicht auch mit ein bisschen provokativen Fragen. Aber er unterbricht immer wieder und wieder. Und das ist dieser Debattenkultur nicht unbedingt sehr zuträglich hier. Dann gehen wir mal weiter zu Frau Neubauer. Und das finde ich wirklich sehr interessant. Weil jetzt beginnt wirklich dieser Debattenmodus. Im Gegensatz zum Überzeugen und wirklich die Wahrheit herausfinden, geht es hier in der Debatten-Situation darum, Recht zu behalten. Mehr dazu habe ich auch im Video von Ben Shapiro gemacht. Mehr dazu auch am Schluss. Verlinke ich es dir nochmal. Und dann geht sie in eine extrem angreifende Haltung, bringt viele Argumentum ad hominem, also wirklich persönliche Angriffe gegen ihn. Obwohl, und das hört ihr auch in den folgenden Szenen, er eigentlich genau mit ihr übereinstimmt. Aber dadurch, dass sie es so angreiferisch gegen ihn formuliert, scheint sie hier gegen ihn zu sein, obwohl sie auf inhaltlicher Ebene sogar relativ nah beisammen liegen. Da sieht man natürlich, da hat anscheinend Herr Lindner was grundlegend falsch verstanden. Wenn mein Haus brennt, muss ich kein Profi sein, um zu verstehen, dass mein Haus brennt. Ich brauche dann Profis, die mir helfen, es zu löschen. So ist es. Wenn sie unabhängig davon finden, und das ist ja eine berechtigte Einwand, die Technik dahinter, die Wissenschaft dahinter ist was für Profis, das hat auch übrigens nie jemand irgendwie dementiert, das ist der große Haken, Herr Lindner. Ne, sehe ich nicht. Dass wir die Pariser Klimaziele haben, bringt dem Planeten nichts. Wieso nicht? Das bringt meiner Generation nichts, das bringt den Menschen, den Milliardenmenschutz der ganzen Welt, die heute unter dem Klimaschutz leiden, auch nicht. Wir müssen sie erreichen. Und das treibt doch wirklich diesen Debattenmodus nochmal komplett auf die Spitze, weil im Endeffekt sie inhaltlich exakt das gleiche sagen wollen, und zwar folgendes, Schüler sollen und dürfen dafür demonstrieren, Techniker sollen es umsetzen, nicht mehr und nicht weniger, und trotzdem sie gegeneinander sind in diesem Debattenmodus, ich muss gewinnen, du musst verlieren. Ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis von ihr war, und sie die Position von Lindner, die er hier formuliert hat, vielleicht nicht verstanden hat, oder ihm sie auch nicht glaubt, oder ob sie direkt auch so ein Spannungsfeld zwischen Grüner und FDP etablieren möchte, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass inhaltlich die beiden eigentlich genau das gleiche sagen wollen, aber trotzdem hier gegeneinander sind. Wie gesagt, Debattenmodus ist hier eindeutig eingeschaltet. Auch bei der nächsten Teilnehmerin, die meines Erachtens hier auch wieder genau das gleiche sagt wie Lindner, Lindner sagt, ja, man muss kein Profi sein, um das publik zu machen, weil er es als Politiker auch publik machen möchte, allerdings die Umsetzung sollten dann Profis machen. Exakt das sagt sie auch, und ich vermute mal einfach durch ein Missverständnis seiner Position, führt es zu einem Angriff, der von allen anderen befürwortet wird, obwohl die andere Seite, also Christian Lindner in dem Fall, das eigentlich gar nicht so gemeint hat. Also ein Angriff, der vom Publikum hier befürwortet wird. Ich finde auch, ehrlich gesagt, wir kommen so ein bisschen weg von diesem Tweet, weil die gerade von Demokratie gesprochen haben. Es geht um die Sache. Nee, ich finde, es ist ein bisschen schräg zu denken, man darf nur auf die Straße gehen, oder man darf nur protestieren, was Themen angeht, wo man Experte ist. Ich meine, wo führt das hin? Nee, damals gegen Atomkraft haben wir doch auch alle demonstriert, haben viele demonstriert, die waren nicht alle Atomphysiker. Man muss doch auf Dinge aufmerksam machen dürfen. Aber das ist doch gar nicht meine Position. Es sind also schon mal drei Leute gegen ihn, wenn jetzt noch David Hasselhoff als sehr unterhaltsamer und überzeugender, weil selbst überzeugter Redner mit eintritt, spätestens dann wird es wirklich sehr heikel. Meines Erachtens, könnt gerne mal selbst hinhören, ist hier David Hasselhoff sehr pauschalisierend und er scheint auch in der inhaltlichen Thematik nicht ganz drin zu sein. Wahrscheinlich war er für einen anderen Teil während der Debatte etwas mehr näher am Thema dran. Er redet dann über Donald Trump und die US-Politik und sagt, ja, ich vermute, es ist dann hier auch in Deutschland so. Und er ist sehr überzeugt, weil es, wie gesagt, auf die US-Szene bezieht. Trotzdem so ganz differenziert ist seine Ausdrucksweise hier nicht, aber trotzdem halt extrem überzeugend, extrem viel Emotion und Euphorie bei den Zuhörern auslösend und auch sehr überzeugend, weil er selbst eben so überzeugt ist. Was ist mit der Mauer? Ich bin Entertainer. Die Politiker stören immer dabei. Auch Tüter stören. Und jetzt ist er komplett im Gefühlschaos, emotional komplett überfordert, weil vier verschiedene Impulse ihn in verschiedene Richtungen ziehen. Erstens will er in die Offensive gehen, so sein normales Bild aufrechterhalten, dass er im Angriff andere Leute rhetorisch stark überzeugen kann. Zweitens, er ist in der Verteidigung, weil vier Leute plötzlich gegen ihn sind. Schon mal erstes Spannungsfeld. Dazu kommt auch noch, dass er es irgendwie unterhaltsam findet, was David Hasselhoff sagt und das irgendwie lustig findet, wie emotional und entertainend er das rüberbringt oder zumindest merkt, dass alle anderen es lustig finden und er dann natürlich ein bisschen mitlachen sollte, auch wenn er es inhaltlich vielleicht nicht unbedingt so unterschreiben kann. Und viertens, er möchte trotzdem gelassen bleiben, diese Gelassenheit zeigen und ganz souverän sagen, ja, diese ganzen Angriffe, die tangieren mich nicht wirklich. Also vier verschiedene Impulse in verschiedene Richtungen. Angriff, Verteidigung, Lachen, Humor und dann natürlich auch noch die Gelassenheit, die Entspannung, die er hier auch zeigen möchte. Und das ist eben zu viel. Man merkt es wie bei so einem Computer, der dann komplett überläuft, wo zu viel einfach da ist und er völlig überfordert ist. Dann sowohl die Tränen kommen, dann auch so dieses Lippenzucken kommt, was einfach unkontrollierte Emotionen nochmal spiegelt und auch zusätzlich, wie gesagt, die Tränen mit dem Lachen. Also so ein bisschen alles miteinander gemischt und diese komplette emotionale Überforderung in der Situation. Dann habe ich im Folgenden noch was sehr Interessantes von Lanz beobachtet. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wenn ihr schon etwas länger hier auf dem Kanal mit dabei seid. Wenn nicht, könnt ihr gerne den Kanal hier abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich habe vor einiger Zeit mal Lindner und den Pfleger Jorde analysiert, auch damals bei Lanz und was ist da passiert. Jorde, der hier in diesem Fall die Sympathien des Publikums getragen hat, der wendet einen rhetorischen Trick an, wo er blockiert, dass eine andere Person ihn unterbricht. Also in dem Fall wollte Christian Lindner schon etwas sagen. Non der Ball hat er es gesehen und dann sagt er, nee, lass mich hier erstmal ausreden. Jetzt möchte ich bitte das auch zu Ende führen. Der größte... Alle Tricks drauf, der junge Mann. Der hat gesagt, ja, 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 genau die gleiche Technik wendet Lindner auch an. Allerdings gegen Lanz, um sich quasi zu verteidigen, dass er ihn nicht nochmal unterbricht. Was passiert hier? Er versucht es einfach umzudrehen und im Gegensatz, wo er es noch bei Jorde gelobt hat, weil der der Publikumsliebling war, hier bei Lindner, der ja im Gegensatz zu allen anderen steht, das ihm als Schwäche auszulegen und zu sagen, oh, wie dünnhäutig bist du denn? Dann können, lassen Sie mir doch ein einziges Mal wirklich das Argument sagen. Dürfen Sie doch, ja, ich sag doch gar nichts. Und das ist wirklich eine rhetorisch sehr heikle Situation, weil im Endeffekt, wenn du sagst, hey, du bist ja sehr dünnhäutig, selbst wenn du sagst, nee, nee, ich bin nicht dünnhäutig, dann wirkt es einfach nicht so souverän. Und das ist wirklich schwierig. Ganz klar, ein sehr starkes rhetorisches Dilemma, wo man schlecht wieder rauskommt. Zwei Beispiele, könnt ihr auch gerne den Meisterkurs der Rhetorik anschauen, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wenn du noch mehr tiefes Wissen zum Thema Rhetorik haben möchtest, kannst du dich dort gerne eintragen. Da gibt es zwei sehr interessante Techniken. Erstens, die paradoxe Zustimmung. Also, du bist dünnhäutig. Ja, klar, ich bin in dem Thema sehr dünnhäutig, weil erstens, es ein extrem wichtiges Thema ist, weil, Punkt, Punkt, und dann kannst du da deine ganzen Argumente nennen. Das wäre eine paradoxe Zustimmung, um einfach diesen Frame zu nutzen, aber umzukehren und zu sagen, ja, der ist gut sogar. Nicht so zu sagen, du bist doch dünnhäutig und dann zu sagen, nö, nö, bin ich nicht, weil dann kaufst du den Frame der anderen Person. Du könntest allerdings sagen, einen Gegenframe etablieren, aha, du hast gerade eben noch zu mir gesagt, dass ich hier der bin, der Aufmerksamkeit erhaschen will. Jetzt willst du mich allerdings hier mit irgendwelchen dünnhäutigen Vorwürfen oder was auch immer in eine Ecke drängen und das zeigt doch eigentlich, dass du hier der bist, der Punkt behoben. Und dann kannst du eigentlich wieder auf die eigentliche Argumentation gehen. Was hat natürlich auch in die Offensive geht, einen anderen Frame etabliert, allerdings auch aus diesem Ding rausbricht, wo es, wie gesagt, sehr schnell in die Ecke getrieben werden könnte. Kurz zusammengefasst, Christian Lindner ist hier in der Situation emotional überwältigt und rhetorisch auch nicht so stark. Trotzdem im gesamten Verlauf bringt er seinen Punkt eigentlich immer wieder und es ist wie so eine kaputte Schallplatte, ist eine rhetorische Technik tatsächlich, wo er immer wieder den gleichen Punkt nennt, was aber nicht unbedingt als rhetorische Technik hier genutzt wird, sondern weil einfach alle anderen ihn entweder missverstehen oder gegen ihn gehen möchten, um ihre Position noch stärker darzureben. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass im Endeffekt hier ein extremes aneinander vorbeireden sind. Für deinen Alltag empfehle ich dir Folgendes. Versuche andere Leute zu überzeugen, indem du sie verstehst und empathisch auf sie eingehst. Dein Leben ist keine Talkshow, keine Debatte, wo du gewinnen solltest, sondern im Endeffekt ein hoffentlich Dialog, wo du mit anderen Leuten zusammenkommen möchtest. Und so überzeugst du andere Leute nicht, so gewinnst du vielleicht Debatten. Allerdings, wenn du im normalen Alltag besser mit anderen kommunizieren möchtest, dann stell dich auf andere ein. Schreib gerne mal deine Meinung zu dieser Szene, die meines Erachtens sehr interessant ist, weil Christian Lindner sonst mit einer sehr starken Rhetorik immer auftritt, hier natürlich sehr in die Ecke getränkt wird. Schreib mal deine Meinung gerne unten in die Kommentare. Und wenn du jetzt den Kanal abonnieren möchtest, dann kannst du es gerne machen, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Einfach hier klicken. Hier kannst du klicken, um zum Video von Ben Shapiro oder zu Ben Shapiro zu kommen, um noch weitere Debatten-Tricks zu bekommen. Und in der Videobeschreibung verlinke ich dir den Meisterkurs der Rhetorik 15 Stunden Meisterkurs, wie du deine Rhetorik aufs nächste Level heben kannst. Vielen Dank fürs Zusehen, schönen Tag noch und viel kommunikativen Erfolg.